Jo, willkommen zurück zu einer Folge ETS2 mit dem Max und dem Dominic. Hallo. Jo, ich würd sagen der dumme Mick fährt raus. Ne, der Max fährt raus. Dann ich und dann der dumme Mick. Und der Max hat sich jetzt auch das Skandinavier, die Tiki-Hole. Das sieht man, ja. If you know what I mean. Und wie es sieht endlich wieder aus der Sicht von Thomas? Tatsache. Hab ich grad selber nicht gemerkt. Dein PC ist geheilt. Ja, mein PC ist wieder heilt. Ja, er hat den Krebsbesieg oder was? Ne, ne, Althama war doch. Ja, der Mensch. Neues Gedächtnis. Neues Gedächtnis. Ja, das Gedächtnis entmüllt. Entdeckt. Entdeckt, ja. Hat sich ausgedacht. Ja, ja. Was hast du dir denn da schon alles ausgedacht? Und deswegen bin ich voll so erschrocken, weil ich dachte, man kann hier in die Straße nicht reinfahren. Weil ich dir das scheiß Kreuzer da rechts gesehen habe. Ach so. Deswegen bin ich voll dann an der anderen Straße da drüben quasi. Ach so. Ja. Und ich hab vergessen, mir einen Wegpunkt in den Bergen zu machen. He, ein Pinki-Laster. He, das확lich. frag ich mich auch gerade. Ein Pinki-K-W, ein Pinki-K-W ja. Ein Pinki-K-W, ja. Ein Pinki-K-W. Ein Pink-K-W. Ein Pink shiki-K. ich habe gerade gemerkt, dass ich an der Spur länger bin aber nur ne Spur aber nur ne Spur ein Hau von Tüll hey, das gehört in den Müll tut mir leid, habe ich wohl übersehen äh, Maxo fährst du lang? oh lol haha ja, wart nicht auf dich ja bitte dritte Ausfahrt, weißt du? da fuck, alter der Kreis wollte aber auch nicht aufhören fängt sich auch gut an dem neunjahr ne, man ey und all die, die sich sehen, frohes neues Jahr ja genau, ja ist ja die erste Let's Play ETS Folge im neunjahr nicht die erste Allgemeinfolge, aber nix und da muss ich raus ah, ha, ha du, verletzt mir das kommt mhm 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 das war die Strasse genau der Fähnungssträger genau der Roboter es wird und der Rot ist er Euro Töster in den Mitteln Köln Fälter kurz bei der Aufnahme und Doppelhof Doppel nämlich nicht ein Doppelter Räumungslöhung Kropfer ein dunkler Schatten schwebt über die Topos auch mal alle ich muss auch noch nicht ab dem Ort das ist ja es kommt davon wenn diese Anja von Pfarrig Tomas denkt dran die Brust von Schausgut weil ich einmal geleckt habe Und er angeblich so übelst krass ausweichen musste. Ja, der war vorhin zweimal vor mir gestanden, was soll ich da sagen? Ey, wisst ihr was? Nepo kann kein LKW fahren in ETS2. Der kann das nicht. Hey, nicht, kann das auch nicht. Das war ja... Der mit Benzin in sein LKW tanken. Hat er vorher gesagt, ja? War das wirklich? Ja, dann wollte er noch ETS1. Ich hätte einen Bann sollen, ja, ernsthaft. Nicht nur, dann wollte er noch ETS1. ETS1 wollen dein LKW. Das ist so. Ich konnte nicht mehr im Bett. ETS1 kommt nicht mehr ins Boppel. Nichts. Nein. Nichts. Normales zuvor. Normales zuvor. Also ich, ich ver- tue, ich kann aber auch. Weiß nur. Ne, kannst du. ETS1 würde ich auch noch mal machen. ETS1 vertraue ich nicht. Ne, ich nehme mal so vorbeiziehen. Oder bleib, 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 bleib. Kann zwar locker ETS2 vertragen, aber ich kann es trotzdem nicht. Auch wenn es größer ist. Super Plus war das, was ich nicht tanken will. Ja, ist teurer. Ja, ist teurer. Ja, ist teurer. Ja, ich tage, ich tage, ich tage, ich tage, ich tage. Bleib frei. Bleib frei. Ja, ja. Es gibt auch Bier, wo ich nicht, nein, frei. Ha, ha, ha. An dieser Stelle der König. Mach ich. Ne. Ne, echt ne, du versächtest. Bei mir fahre ich 80. Okay. Geht schöner los wie im Konvoi. Ich muss gerade auf 60 Rundabremsen. Gehastig. Gehastig. Ne, bei mir verjagt er, dass Ruckelloch ist, bei mir. Ja, ja, das wollt doch sehr. Was irgendeinem Grund Ruckelsgrad echt übelst? Waller Bohr nur. Die Pesten, Ping. 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 um es extrem auf einmal er hat jetzt sich ein Roboter doch wie er sich auf die Elbe das eröffnet so genau so und den Wort ist er wird er mal reichert mit dieser Gründe vor dem mit dem Buch vor ob das Volk auf der Pfeffer aufschließt ich war recht mit 80 war da glaube ich gerade was macht der Fall auf die Legespur zieht einfach volle Kanäle vorbei fährt noch voll weiter auf der Legespur dann kommt Baustelle so eine wie da gerade war, war rot da war noch ein LKW gestanden, was macht der schön einfach durch und der LKW macht natürlich nach was ich auch denkt Faktesystem ne der war noch ein Stück Tag gestanden ach ja bis dann trotzdem ein Glück würde ich mal sagen Alter, ist ja doch ordentlich Bums machen können hat er da BUM gemacht mach ich da, da, da genau war gerade schon ein Blinker setzen, bzw. ich wollte gerade drücken, dachte ich mir, nein, weiter ich bin gerade aus geht gerade aus, blinker war Blinker Ne ich sag ja ja ich bin gerade aus ja ja ich bin gerade aus vorkommen äh was hast du nur anhalten guck röckel aus hier in Magdoros vor, ach ja Herr oder oder ist passiert wie in Hörby, dass der LKW sich so teilt mit zwei Hilfen hey hier schöne Donne Du dødø 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 Ohje ein Kö Nickel Kövchen Sch Falle ich damit achttos? Kommen wir fahren doch mal mit 80 Machte das Ok doch nicht nein doch ne Geht mir bisschen zu schnell grad Wobei bei dem Stück jetzt Aje eine schöne Brücke Die schaut nice aus Über das Weserchen Die Brücke die wir bei Truck Testing gemacht hatten sie dann auch geil aus ne die ist toll das stimmt ja ich schaue Truck Testing, ihr auch? Nö, am besten gleich mal Werbung einblenden Gesta, wenn du kein Truck Testing schaust denke ich kenn's aus, wenn ich ja fahre's blind Nö, ich schaue's nur beim Schneiden Und noch es werden, dass ich weiß, bei welchen den ich die Dinger einfügen muss Ja genau Weil ich ein Ding, du den einfügen muss Gero, da macht die Geling Dingeling Dingeling, da komm' da! Ja, Mann! Ehekann Ehekannend Dünne Dünne H-U-Kicorns, so fly er hat wir schauen dass es keine Tunnel Geräusche gibt es als Bausüberlader gibt es die was wenn du im Tunnel fährst oder was ja und du wirst zum Beispiel das ist auch noch eng die Köln der Wörter ein weiterregnet der Gartenwitz der Hände das auch der Händler in der Vorbereitung des DSL ist alles wir kennen erlässert das ist das Schau kann man schon sagen normal für L.S. Jo von ihm genau genau und auch auf der Gelskunde zum Scheißen kommen mit einer fetten Liste er war ganz schön unartig die Verheiratung das Goldbebot vom Knecht Rupprecht weil ich mir beim Nebber mal aus aber wollte ich da noch den Link schicken wolltest du das? von der Weihnachtsfeuer ach ja wolltest du ne? wollte wollest wollte wolle wollte wolle wurden aber schon ist es auch ist würde ich nicht machen bei so einer Straße ja wobei aber hier noch eher als auf der Straße wo wir später fahren ja da stimmt wenn er nutzt es jetzt aus aber er hat gemacht weil auf der Straße bist du dann nicht dazu kommen zu trinken glaube ich ja weil wir haben eine Straße sind wir mal von Nebo da nochmal mit Gwanes um dann haben wir die mal ausprobiert noch dünne die macht heute die macht Spaß die macht heute da kommt Laune auf das macht Freude das macht Spaß also gibt Gas oder kommt eurem Gehverkehr nicht also macht die anderen auf der anderen dann versuch recht zu bleiben weil manche weißt rechts holo der fährt doch und erhubt nicht macht das weg oh ja ich sehe es davon schon äh nö alles klar wie's losgeht mit Serpentinen und wie es heißt es ist das ist doch nichts das ist doch gar nichts das doch gar nichts das dich davon erwartet also das ist doch besser er besser als wir das sind Tunnel schneiden der Schnee schneller so sich ja höchstwürste von der Strecke was solltet ihr unbedingt auf die Karte gucken ja so genau zumindest es ist davon nicht die Strecke alter Prozent der Schleife ja ich sehe es das ist aber nicht die die wir dann fahren oder die andere ist noch ein bisschen die ist noch die ist noch schleifiger die wo dann rechts rum gehen würde was die wo dann rechts rum gehen würde oder was ja die ne an der Straße kommen wir gar nicht vorbei oder da wird es nach Oslo gehen aber ich brauche die ist nicht die ne nach rechts und das ist die Nummer ne das ist die nicht da geht er direkt an meiner würde mich jetzt nach rechts führen aber I follow you einfach mal mit zu passen ja passt schon alle Palli Joko Morgens Zeige mit dem Scheiß Euro Katze machen das Ui die wir sind die von dem Parkhaus ja man in der Stadtgalerie das ist ja genauso nur ein bisschen länger ja da mal hoch oder runter driften mit dem Auto so ja wahrscheinlich Tokio drifft ja er wurde wahrscheinlich es ist ja nicht so wie bei Tokio drifft und ausgefahren er hat er für zwei Tage ich meine auch weiter ist die Spur und das geht so fast Prozent die Zerbegrüßung ich werde der Kette gewendet hat aber zwar sagen ja und da gibt es ein Spindel der Steiler Aber im Endeffekt macht das nicht so einen großen Unterschied, ob Innenmauer, Außenmauer hat beides. Aber ich glaube, Tokyo Drift ist auch wegen flacher. Ja. Ja, da geht's immer nur so ein Viertel hoch und da geht's halb hoch. Ja, bei Tokyo Drift ist eine Umdrehung eine Etage. Genau. Und da geht's ja mit einer Umdrehung auf zweite, dritte, vierter Etage. Im Winter wird's glattes. Ja, da musst du mit modernem Quadhochschuh. Klar, man. Reinkommen würdest du, aber von der Höhe her. Mit so einem Ski-Doo. Musst du die ganzen Autos hochziehen. Das ist eine coole Straße, rechts links Wasser. Knallt kaum die Landschaft. Das soll der von der Straß-Abkommen. Ja, du bist der Marsch. Zumindest knalltet gegen die sie imaginäre Wand. Das ist sowas. Das soll man einfach Wasser versinken können. Geh die Schäden und versinken im Wasser. Ich glaube, man muss meine Treppseinstellung ein bisschen niedriger gehen. Ich würde ein bisschen doll hoch machen, glaube ich. Wenn meine niedriger wäre, wäre ich dir gerade von hinten eingegrafen. Ja, sie sag ich ja. Ey, Max, wie Litti und der Wilde Kaiser. Ja, hab ich jetzt deine Erlaubnis, ins Wasser zu gehen, oder was hast du dazu? Ja. Also wenn jetzt Mox, dass ich mit Wasser versenken gehe, dann geht man einfach grüßlich. Oh Scheiße. Das ist mir wurscht, ihr habt zahnschmerzig Geld zur Sprechstunde, ne? Ich sehe, die Folge ist vorbei. Ist es so? Wenn ihr ihn jetzt hier rechts anhalten, dann nehmen wir es dann. Ja, da war alles ein paar Platz. Ah, da war alles ein paar Platz. Aber der ist auf der linken Seite. Ist egal. Ich sag's ja nur. Ich sag's so. Ich sag's so. Das wir bremsen müssen und dann links rum. Genau. Und dann einfach rechts drauf schüren. Äh, ja. Ja. Ja, gut rechts drauf schüren kann es wahrscheinlich auch. Ist dann aber halt ein bisschen hückellicher. Das ist ein bisschen. Kann sein, dass das eventuell ein bisschen hückel. Eventuell. Warte mal, was tu ich grad? Nix. Warte mal, Thomas. Komm ich da rein? Nee, na? Sieht eng aus. Ja, ich komm da nicht rein. Versuch was wert. Wenn wir eh schon hier sind, dann darf ich gleich mal voll laufen. Mir fehlt zwar nicht viel, aber... Ja, mir auch nicht. Wer noch mal drauf sind, ne? Gut idea. Nutzen wir die Gunst der Stunde. Können wir trotzdem beenden. Ja, da, 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 da. So, ich hoffe, es hat wohl... Ich stehe in der Macht. Also, voll grad so. Du, dich sieht man überhaupt nicht. Ich stehe voll und ganz in der Macht. Ja, ich hoffe, das ist gut gefallen. Und, jo, lasst ein Like da. Und, jo, könnt ihr machen. Und, jo. Tschüss. Ciao. Bis seh. Tschüss. Tschüss. Tschüss.